GetServer abschalten retten erst mal retten so komm du mal mit was hab ich denn jetzt gemacht nein du sollst mitkommen und Tali kann auch mitkommen hier haben wir ja eigentlich alles soweit fertig so alle modifiziert was haben wir denn hier katana ok kriegt ja auch die claymore die sie kriegt auch die claymore alles gut fünf punkte verbrennung könnten wir weiter skillen erhöht den schaden von verbrennung um 20 prozent so james machen wir erstmal blutbad auflade tempo machen die feinde handlungsunfähig indem sie zu boden schlagen ok und Tali hat zwei punkte die muss warten kommand der scheppert hier haben sie seit kräs rettungskapsel erreicht noch nicht status die zivilflotte hat schwere verluste erlitten seit seit kräs sein schiff geopfert hat um eine geldkanone zu zerstören die suche nach ihrem admiral ist das einzige was unter den kapitän seine panik verhindert warum ist corus so wichtig warum ist die suche nach dem admiral so wichtig er war gegen die invasion aber er hat beim schutz unserer schiffe großes geleistet ohne ihn werden einige unserer nichtkombatanten die flotte verlassen die konsequenzen können sie sich denken ich kann es ihnen nicht verdenken sie wollten den krieg nicht und haben ihren anführer verloren das ist irrelevant wir sind fest entschlossen sogar saikhoris hat die bedeutung der zivilflotte begriffen denn ohne nachschubkette kommt die invasion zum stillstand ja dann schützen sie ihre zivilisten ich tue was ich kann beschützen sie ihre zivilisten ich kann nichts versprechen meine eigenen schiffe müssen für ranoch koordiniert werden ich empfange nur rauschen saikhoris ist wohl in reichweite eines störtums abgestürzt schalten sie ihn aus um kontakte herstellen zu können seien sie vorsichtig die geths haben vielleicht am turm sicherheitsmaßnahmen zenn? admiral zenn? es ist lange her seit admiral korus ein raumschiff verlassen hat hoffentlich ist er in ordnung das werden wir bald wissen bringen sie uns zum turm zivilisten ich hatte das achten klingen als wenn ich besoffen wäre die geths haben neben dem störturm flugabwehrgeschütze installiert wir müssen sie zu fuß ausschalten sind die geschütze wegschalten sie den turm aus jawohl kommander ich setze sie hier ab oje oje hier zu stehen im land meiner vorfahren ja würde ich sagen willkommen zu hause hm willkommen zu hause naja gut dann gehen wir mal weiter und versuchen die geths davon abzuhalten da weiter blödsinn zu machen störtürme flugabwehrgeschütze raketen die geths müssen schon eine ganze weile an ihrer armee arbeiten sie hatten hier unten 300 jahre lang zeit dann sollten wir froh sein dass nicht jeder eine nuklearwaffe im rucksack mit sich rum trägt da hat er nicht ganz ungerecht ähm oja kommt weiter um eh gehts hier irgendwie weiter Okay, war so ein Pfad ausgelatscht. Das sah so nach... Ah, okay. Was machst du da unten? Was macht sie da? Tja, werden wir gleich erfahren, was sie da tut. Genau. Oh je. Sie sind so weit gekommen. Wir müssen Saal Khoris anfunden, wenn wir ihn finden wollen. Gehen wir zu dem Störturm. Ja. Gehen wir weiter. Oh, ich hasse diese Dinger. Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Ne, achten Sie auf weitere Minen. Gut, dass Loco gerade nie dabei war, als ich noch viermal reingerannt bin. Bevor ich geschnallt habe, was da passiert. Oh, oh. Oh, ich hasse Raketenwerfer. Noch mehr. Ganz viel. Oh, ich hasse Raketenwerfer. Okay, ich hasse Raketenwerfer. Ich hoffe, das waren alle. Sieht zumindest so aus. Na gut. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht, dass ich gleich welche hochgekrochen komme. Na, kann natürlich immer noch passieren. Du auch. Okay. Aua. Ich hasse Minen. Und wenn ich sie bis jetzt nicht gehasst hätte, jetzt würde ich sie hassen. Sobald diese Drecks-Meme. Wer macht denn sowas? Okay. Warte da. Ihr seid da. Ich speichere mal ganz kurz. Ach, wo waren sie denn? Ja. Oh, die nehmen wir mal mit. Ah. Wo bin ich denn, Jungs? Wo denn? Da. So. Der ist weg. Oh, noch einen. Da haben wir noch einen. Hey. Der ist nicht tot. Müssen wir darauf aufpassen. Erwischt. Erwischt. Oh. Wo zeig ich dich? Wo bist du, Vieh? Das war knapp. Das sind sehr knapp. Ach, wo? Okay. Okay. Ich frage mich gerade, mit was der Loco da rumschießt. Was haben wir denn hier? Technologie bergen. Okay. Technologie nehmen wir natürlich mit. Wir haben ja noch Munition. Was ist das da oben? Ich komm nicht zurück. Ich will nur... ...Tumgewehrmagazin. Und ein paar... ...Visussen. Was haben wir denn hier noch? Munition. Okay. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Ja, James. Mach mal. James. Auf geht's. Äh... Technik ist nicht meine Abteilung. Aber ich kann ja mal ein paar Drähte rausziehen. Ach komm, James. Kann ja nicht so schwer sein. Wollt durch. Was ist das denn? Okay. Halle. Mit dem Weg stehen. Ach du arzt sie nicht. Leichtige Spider-Boom. Aha. Muss herüber. Muss. Mach was. Huchu. Flakgeschütze erledigt, Commander. Alter. Dann kümmern wir uns jetzt um die beiden am Tor. Ja. Oh, toll. Okay, nichts ab. Wo seid ihr? Hm. Ja. Die sind nicht tot. Uiuiui. Falsche Waffe. Ich dachte, ich hätte eine andere Waffe in der Hand. Nein, du sollst... ...weiter gehen. Okay. Schauen wir mal... ...wo es hier hingeht. Haha. Diesmal nicht Mine. Diesmal nicht. Okay. Was haben wir hier? Schrotflinte, Schredder-Mord. Hm. Ich finde das voll doof, dass hier... ...tote Koryan dazwischen liegen. Oh. Was machen die hier? Hier wimmelt es von Gath. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Lein. Bewegen Sie sich nicht. Wir haben Medigil. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dawn. Versprochen. Bitte. Hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Korris uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn... ...sagen Sie Iona, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Wohnen Sie sanft, Dawn. Hattest was, Runoff. Hm. Auf zu diesem Turm. Der Arme. Naja, gut. Wir können dich alle retten. So verstehe ich da mal fest. Und wie ich ja schon mal sagte, er wird nicht der Letzte gewesen sein. Wenn wir verlieren. So, jetzt gucke ich jetzt mal vorher. Wo hier noch Leute sind. Können wir hier lang? Hier können wir lang, theoretisch. Können wir auch hier lang? Hier können wir auch lang, theoretisch. Dann gehen wir hier lang. Und warum? Weil wir gerade hier sind. Ach, wumtlich müssen wir eh auf beiden Seiten. Fuck. Wo kommen die denn alle her? Oh, voll der Kante da liegen. Ach, halt, der war auch. Wieder den lieben. Also, so mit Treffen habe ich es heute nicht. Oh, oh. Kopfloser Gett. Was? Oh, direkt in neuen Hinsetzen. Oh. Da geht keiner mehr ran. Oh, oder auch doch. Oh, ob da. Nicht ausreichen. Nein. Nicht getroffen. Warte. Oh. Boah. Oh, ja. Manchmal schieße ich. Schalten wir dieses Flugabdeckstil auf. Als wenn ich noch nie eine Waffe in der Hand gehabt hätte. Ja, ja, ja. Warten wir hier. Aber sie in der Hand gehabt hätte. Mann, ey. Echt schrecklich manchmal. Zum Glück kann ich, kriege ich so meine Wörter raus, ohne dass ich stotter und mach. Wer soll sich um das Geschütz kümmern? Ja, ich glaube, Tali macht das mal. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Die ist da so ein bisschen besser drin. Das Geschütz sieht einsatzbereit aus, Commander. Ja. Deswegen will ich das jetzt noch benutzen. Was denn denn hier? Wo denn? Ja. Ha, ha, ha. Oh, oh. Stirb. Elendiger Geld. Du bist voll um. Ja, ja. Du kriegst so viel Zeit, wie du brauchst. Auf mich zu schießen. Was kommt nochmal raus da? Ey, du Vogel. Was denn? Wo ist? Oh. Ups. Ja, komm. Oh. Oh, es brennen, eine Runde. Ähm, ja. Was hat der eigentlich für eine Waffe? Der Schrotflinte? Na klar. Nimm mal die. Aber wenn du mit der Schrotflinte nicht näher rangehst, du. Honk. Ähm. Nicht wieder reinbaden. Bringt das alles nix. Oh. Weg mit dir. Ich verzieh ihn. Total. Kann man das nicht treffen. Oh. Mein Gott. Wo haben wir noch einen? Da hinten. Oh. Okay. Hä? Wo ist denn da noch einer? Aua. Da. Na klar, jetzt geht's liebste nahe. Kannst du mich verarschen? Wo ist der? Wo? Wo ist der denn? Achso, der ist tot. Ja. Ich sag nix. Ja, du machst das schon. Du bist da ein bisschen schneller. Wie loko. Oh. Jetzt mal wieder. Ganz geschützt. Ja. Oh. Oh oh. Oh. Na ja. Kein Stress. Irgendwo rechts ist noch einer. Loko. Passte. Oder nie. Oh. Oh. Und Kopf weg. Sehr gut. Ich gebe dem Shuttle Bescheid. Dann kaputt schießen. Ping, 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 ping. Na, das ist klar. Dorn, hier ist Sarkoers. Sind Sie da? Dorn! Ich gab es dir. Ich habe hin, Americans. Ja. Und ich habe hin. Wir sind Inside.